Überraschende News von Jesus 33 In der Vergangenheit sorgte der Rapper eher für Negativschlagzeilen. Wegen zahlreicher Delikte, unter anderem Verstöße gegen das Waffengesetz, Drogenbesitz und Körperverletzung, wurde das Mitglied der Band 187 Straßenbande im März zu einer Haftstrafe von 8 Monaten und 2 Wochen verurteilt. Zusätzlich musste er insgesamt 414.600 Euro blechen. Doch vor Haftantritt hat Jesus nun sogar noch geheiratet. Via Instagram machte seine Freundin Lisa die Neuigkeiten publik. Dazu postete die 28-Jährige ein Foto, auf dem sie Jesus in einem Brautauto küsst. Der Schnappschuss ist nach der standesamtlichen Trauung entstanden. Bis zum Ende und noch viel weiter, schrieb sie zu dem Bild. In ihrer Story verriet die Blondine außerdem, dass auch noch ein großes Fest mit zahlreichen Gästen geplant sei. Und es gibt noch mehr News, das Ehepaar baut gerade ein Haus. Neben einer Menge Fans freuen sich auch Rap-Kollegen von Jesus mit den frisch Vermählten. Alles Liebe zu deiner Hochzeit, kommentierte unter anderem Schwester Ewa, 37. Lisas Beitrag und drohte spaßeshalber. Wehe jemand macht Auge, sonst gibt's Stress. Wirhe jemand macht Auge, sonst gibt's Stress. Wirhe ήταν hier in der Uhr. Ich bin Firstüt Uch 설�etakt Inundation. Wirhe deinen Blogger�ập, aber alle Peten, tolden sie auch 필. Vielen Dank.